Guten Tag, mein Name ist Dr. Matt Lorenzen und ich wünsche Ihnen einen ruhigen Dienst. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie vielleicht einen Patienten von mir übernehmen würden. Muss auch kein eigenes Zimmer sein, ist nicht mit Privat und so. Ich nehme auch einen Behandlungsplatz in der Notaufnahme, wenn es sein muss, auch im Flur. Ich würde ihn ja normalerweise ambulant versorgen, aber das ist ein bisschen schwierig geworden mit den DRGs und der sozialen Indikationen. Ich bin Assi auf der Cardio und es tut mir sehr leid, dass sie in der Arbeitszeit stören musste. Ich wünsche Ihnen noch einen ruhigen Dienst und viel Gesundheit.